Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns weiter mit Harmonik. Wir widmen uns dem Aufbau und insbesondere dem Ende einer musikalischen Sequenz. Wieso ist das Ende einer musikalischen Sequenz besonders wichtig? Letztes Mal haben wir gelernt, dass die Funktionstheorie die Spannung in Akkordverbindungen deutet. Darum ist sie für unser heutiges Thema gut geeignet, denn es geht um musikalische Schlusswendungen. Damit ist nicht nur das Ende eines Musikstückes gemeint. Harmonisch betrachtet lassen sich in der klassisch-tonalen Musik und auch in vielen Popsongs einzelne Abschnitte als eigenständige Einheiten verstehen. Zum Beispiel ist der Refrain solch ein Abschnitt. Der Refrain ist eigenständig und in sich relativ abgeschlossen. Bei eigenständigen harmonischen Einheiten wird man anfangs auf eine Reise geschickt und hat im Allgemeinen am Ende das Gefühl, wieder zu Hause anzukommen. Und diese Wirkung macht man sich bewusst oder unbewusst beim Komponieren zunutze. Denn durch das Zuhause ankommen wird überhaupt erst klar, was das Zuhause gewesen ist. Das heißt, die Tonart wird für das Ohr durch solche Wendungen erst greifbar. Die Kadenz ist die wichtigste Schlusswendung. Sie beginnt in Ruhelage mit der Tonika und sie endet wieder in Ruhelage mit der Tonika. Was sich dazwischen abspielt, ist der Ruhelage entgegengesetzt und es kann sich dort so einiges abspielen. Die sogenannte Vollkadenz beginnt bei der Tonika, schreitet fort zur Subdominante, erreicht die Dominante und kehrt wieder zur Tonika zurück. Die Vollkadenz stampft voller Wucht das tonale Zentrum fest und es besteht überhaupt kein Zweifel, in welcher Tonart hier gespielt wird. Für die abschließende Wirkung ist insbesondere die Verbindung Dominante Tonika am Schluss verantwortlich. Je nachdem, mit welchen Umkehrungen eines Akkordes man eine solche Kadenz spielt, ergibt sich eine andere Stimmführung. Hierfür gibt es in der klassischen Harmonie leere strenge Regeln, die wir hier aber nicht weiter behandeln wollen. Was ist eine authentische Kadenz? Wir haben bei der Vollkadenz gesehen, dass die Verbindung von der Dominante zu Tonika für die abschließende Wirkung besonders wichtig war. Um das tonale Zentrum zu fixieren reicht auch die kurze Form, die sogenannte authentische Kadenz. Sie beginnt bei der Tonika, schreitet ohne den Umweg über die Subdominante direkt zur Dominante und kehrt zur Tonika zurück. Um die Wirkung dieser Verbindung besser zu verstehen, schauen wir etwas genauer hin. Im Dominantakkord ist der Leitton enthalten. Die Dominante ist sogar die einzige Hauptfunktion, die den Leitton enthält. Der Leitton strebt und drängt zum Grundton. Und natürlich enthält die Tonika den Grundton. Dem Drängen des Leittons wird also nachgekommen und der kann sich in den Grundton auflösen. Damit man diesen Effekt besonders gut hören kann, findet sich die Leitton-Grundtonverbindung oft in der Melodiestimme. Das ist diejenige Stimme, die jeweils die obersten Noten der Akkorde spielt. Sie steht im Vordergrund und ist leicht zu hören. Zudem wird der Effekt des authentischen Schlusses verstärkt durch den Quintfall im Bass hin zum Grundton. Kadenz kommt vom lateinischen Kadere, Fallen. Man könnte zum Grundton auch durch einen Quarzsprung aufwärts gelangen. Dann würde es sich immer noch um eine authentische Kadenz handeln, allerdings wirkt sie etwas weniger stark. Was ist eine plagale Kadenz? Neben der authentischen Kadenz mit dem authentischen Schluss, dominante Tonika, gibt es auch die plagale Kadenz mit dem Plagalschluss, subdominante Tonika. Da die Subdominante den Leitton nicht enthält, wird der Plagalschluss als weniger spannungsgeladen empfunden. Trotzdem wird er verwendet. So nennt man den Plagalschluss umgangssprachlich auch Kirchenschluss, weil er in der Sakralmusik häufig Verwendung findet. Welche Kadenz ist die wichtigste? Authentische und plagale Kadenzen trifft man häufig an, aber das Grundmuster bleibt dennoch die Vollkadenz. Tonika, subdominante und dominante umfassen zusammen alle leitereigenen Töne einer Tonart, sodass mit der Kadenz nicht nur die Tonart fixiert, sondern auch das gesamte Tonmaterial vorgestellt wird. Zudem grenzen subdominante und dominante die Tonart gegen im Quintenzirkel benachbarte Tonarten ab. Sagen wir, wir sind in C-Dur. Im Quintenzirkel benachbart ist die Kreuztonart G-Dur mit dem charakteristischen Ton Fis, der G-Dur von C-Dur unterscheidet. Wir erinnern uns, G-Dur hat ein Kreuz, das Fis. Die subdominante von C-Dur ist F-Dur. Sie enthält den Ton F. Und mit diesem F wird C-Dur gegen die Kreuztonarten abgesichert. Denn jede Kreuztonart würde zumindest statt dem F ein Fis stehen haben. Umgekehrt sichert die Dominante in Richtung B-Tonarten ab. In C-Dur lautet die dominante G-Dur und enthält den Ton H. Jede B-Tonart würde aber zumindest ein B statt dem H erfordern. Mit dem Erklingen von subdominante und dominante in der Vollkadenz wird die Tonart also ganz eindeutig für den Hörer fixiert. Dennoch kann man die Reihenfolge von subdominante und dominante nicht einfach vertauschen. Denn aus hier nicht weiter zu erörternden, stimmführungstechnischen Gründen ist die folgedominante-subdominante in der klassischen Harmonielehre nicht möglich. Das gilt aber nicht für alle Musikrichtungen. Was sind Halbschluss, Ganzschluss und Trugschluss? Beim Ganzschluss endet die Kadenz immer auf die Tonika. Dabei unterscheidet man vollkommenen und unvollkommenen Ganzschluss. Beim vollkommenen Ganzschluss erreicht die Melodiestimme, also die oberste Stimme, den abschließenden Grundton. Beim unvollkommenen Ganzschluss ist das nicht der Fall. Hier steht die Terz oder Quint in der abschließenden Tonika oben in der Melodiestimme. Keinen ganzen Schluss, sondern einen Halbschluss haben wir, wenn eine Akkordfolge auf der Dominante endet. Dann hat man nicht ganz das Gefühl, angekommen zu sein, sondern die Sequenz liegt gefühlsmäßig nur eine kurze Rast ein, bevor sie sich wieder aufmacht, weiter fortzuschreiten. Der Halbschluss drängt zur Weiterführung. Das ist dann oft Anlass, einen zweiten Anlauf zu nehmen und die Folge mit einem Ganzschluss zu Ende zu führen. Weiters müssen wir den Trugschluss vom Ganzschluss und Halbschluss unterscheiden. Der Trugschluss hat immerhin sprichwörtliche Bedeutung erhalten. Wenn sich jemand irrt, dann unterliegt er einem Trugschluss. In der Harmonielehre spricht man hingegen auch von Kadenzflucht. Entscheidend für die Kadenzflucht oder eben für den Trugschluss ist, dass auf einem Tonika Stellvertreter geendet wird. Häufig dient dazu die Tonika Parallele. Aber auch andere Schlussakkorde sind möglich. Was versteht man in der Musik unter Modulation? Weil Kadenzen und Schlusswendungen das tonale Zentrum festlegen, ist es auch möglich, mit Hilfe von Kadenzen und Schlusswendungen das tonale Zentrum zu verändern. Das tonale Zentrum kann in einem Musikstück wechseln oder moduliert werden. Moduliert bedeutet grob gesagt, dass man sich schrittweise in eine andere Tonart bewegt. Häufig werden bei einer Modulation Kadenzen ineinander verschachtelt. Dabei kann die Funktion eines Akkordes von der Einsequenz zur nächsten umgedeutet werden. Hier ist die ganze Kreativität der Komponisten gefragt. Uns geht es nur darum, das Prinzip zu verstehen. Hier ein Beispiel. Die erste Wendung in C-Dur endet mit einem Trugschluss auf der Tonika Parallele A-Moll. Wir haben in diesem ersten Abschnitt die Tonika, die Subdominante, den Dominant-Sept-Akkord und dann, eben anstatt wieder die Tonika zu spielen, die Tonika Parallele. Dieser Klang wird zugleich umgedeutet zur Tonika in der sich anschließenden Moll-Kadenz. Wir interpretieren also das A-Moll, das eigentlich die Tonika Parallele von C-Dur ist, als neue Tonika einer Moll-Kadenz. Sie wird gefolgt von der Subdominante von A-Moll, nämlich D-Moll, in diesem Fall in der zweiten Umkehrung. Dann kommt die Dominante, ein E-Dur. Die kleine 3 unter der Dominante zeigt an, dass die Terz im Bass steht. Und weil wir auch in Moll die Leittonwirkung der Dominante haben möchten, steht diese in Dur. Die Kadenz endet wieder auf A-Moll, das wiederum einer Umdeutung unterzogen wird. Diesmal wird es Subdominante einer E-Moll-Kadenz. Wir lösen diese mit der Dominante und der Tonika mit E-Moll auf. Vom anfänglichen C-Dur wurde also nach E-Moll moduliert. Aber das tonale Zentrum kann sich auch ohne Modulation verändern. Bei Schlagern und auch manchem Popsong wird häufig der letzte Refrain um einen Ton höher gesungen. Dem geht dann keine Modulation voraus, sodass man von einer Rückung spricht, weil alle Stimmen um einen Ton nach oben gerückt werden. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Mithilfe von Schlusswendungen und Kadenzen wird für unser Ohr das tonale Zentrum einer musikalischen Sequenz festgelegt. Dann wissen wir, wo die Grundtonart zu Hause ist. Von dort aus lassen sich die harmonischen Entwicklungen nachvollziehen und sie nehmen uns mit auf eine musikalische Reise. Eine Kadenz bewegt sich von einer Ruhelage zur nächsten. Sie beginnt bei der Tonika und kommt wieder bei der Tonika an. Dazwischen stehen bei der Vollkadenz Subdominante und Dominante. Damit wird das gesamte Tonmaterial einer Tonart vorgestellt und diese eindeutig fixiert. Die authentische Kadenz verkürzt die Vollkadenz um die Subdominante. Sie besteht also nur aus der Aneinanderreihung von Tonika, Dominante und Tonika. Demgegenüber lässt die plagale Kadenz die Dominante aus und spielt dafür die Subdominante. Es heißt also Tonika, Subdominante, Tonika. Endet eine Sequenz auf der Dominante, dann spricht man von einem Halbschluss. Und um gefühlsmäßig wieder anzukommen, benötigt es einen Ganzschluss, der auf der Tonika endet. Ein Trugschluss hingegen entsteht, wenn die Tonika am Ende einer Kadenz durch einen Stellvertreter ersetzt wird, häufig die Tonika Parallele. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.